Wir haben die Steine am Schirm. Egal ob YouTuber, Instagramer, Blogger oder TV-Moderatoren, bei 4Stars sind sie alle unter einem Dach vereint. Als Teil der ProSiebenSat.1 Puls 4 Sendergruppe sowie des globalen Multichannel-Netzwerks Studio 71 managt und vermarktet die 4Stars-Unit On-Air und Online-Celebrities, vermittelt Künstler mit Marken und greift dabei auf langjährige Erfahrung mit TV- und Web-Produktionen zurück. Cut, Regie, geht das noch klar? Das ging zu weit. Mit dieser geballten Medienkompetenz und der einzigartigen Verknüpfung von TV, Online und Social Media ist 4Stars die erste Adresse in Österreich, wenn es um Talente und Influencer geht. Ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass viele jüngere Mädels uns zum Vorbild haben. Das kann ich mir auch irgendwie schwierig vorstellen. Das ist krass irgendwie. Aber das macht mich eigentlich sehr, sehr stolz. Auf diesem Kanal zeigen wir Einblicke in die Welt hinter den Kulissen, begleiten Webstars und Moderatoren zu Fantreffen, Autogrammstunden, Events oder Werbedrehs, präsentieren eigens produzierte Specials und Formate und suchen Nachwuchsstars über das 4Stars Bootcamp. Es ist extrem strange so, wenn du dir denkst, vor zwei Jahren habe ich noch kein einziges Video gedreht gehabt und jetzt gehe ich auf die Straße und Leute erkennen mich. Es ist extrem eigenartig. Sei hautnah an deinen Lieblingen dran und abonniere diesen Channel.